Als Oberchef Koch, erzählen wir mal, wie zufrieden bist du denn mit dem Grill? Hast du schon mal mit so einem großen Grill gegrillt? Nein, so einen großen Grill habe ich nicht, aber ich bin sehr zufrieden. Und wenn der Andi Streb den rausrücken, würden wir den nicht neu sagen.